Also, wer würde eher vor dem Spiel als erstes auf den Platz gehen? Wer braucht länger in der Kabine? Boah, das ging ja mal schnell. Wer traut sich eher, Achterbahn zu fahren? Boah, ich mach das auch gern. Wer kann länger den Ball hochhalten? Wen findet man häufiger in Kraftraum? Was? Entschuldigung. Wer würde eher bei einem Film weinen? Nur wenn Tiere involviert sind. Wer würde eher einen Monat ohne Internet leben? Ja. Wer von euch ist unordentlicher? Aber hallo. Ganz klar. Aber sowas von. Wer würde eher unter der Dusche singen? Und wer schießt eher das nächste Tor? Aaaaah!